Hey, da sind wir wieder bei Oxmo Style 2 mit dem Kageyoshi LP. Servus. Hallo. Immer wieder eine neue Überraschung. Welche Stimme da raushaut? Ja, das ist... Ich warte auf dich. Mach mir doch bereit. Ich leide um die Schizophrenie. Fortfahren. Versteckte Schlucht. Ah, ich mag Schluchten. Und Schwuchteln. Versteckte Schwuchteln. Aber Buchteln finde ich köstlich. Wuchteln? Wuchteln. Wuchteln, was ist denn das? Kennst du nicht. Ah nein, ich meine Wuchteln. Ja genau, Wuchteln heißen die, oder? Oder? Ihr Wachteln vielleicht. Pff, keine Ahnung, Alter. Wachteln? Wuchteln? Wuchteln heißen die, glaube ich. Wuchteln. Alter, wuchteln kannst du wuchteln. Jetzt war mal Kuchen mit Vanillesoße. Nee. Sicher. Sie sagen vielleicht die Wiener. Warum, wie sagt ihr dazu? Zu was? Zu wuchteln. Was ist ein Wuchteln? Na, heißer Kuchen, Alter. Mit Marmelade drin und drüber ist Vanillesoße. Aha. Ja. Ja, so nennen wir's. Ist das eine Süßspeise? Voll geil, Alter. Schmeckt gut. Ich schnick's kennen. Musst du mal essen, echt ohne Scheiß. Gibt's mich dabei sogar in der Packung, weil sie kaum einer selbst machen kann. Also? Mhm. Sollte mal gucken. Okay. Aber du... Ich hab jetzt... Hä? Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie schön ich aussehend im Kostüm. Gearbeiten, du Schlampe! Warte, ich dreh mich mal um. Warte, ich bück mich mal. Mir ist nämlich voll 50 Cent runtergefallen. Oh, ja. Nicht schlecht, was? Warte mal, vielleicht kann ich hier irgendwie von unten reingucken. Ah, ja, ja, ja. Das war der Winkel, war so gut und du gehst weg. Achso. Den hier. Ja, gut. Dann guck mal rein. Oder? Nicht viel zu sehen. Ein bisschen raun an der Hose, aber sonst... Das ist ne Bremsspur. Ja, ja. Bremsspur, ja. Passiert mir ständig. Gut, wollen wir mal das Level erkunden. Ach, guck mal, da oben sind Bogenschütz. Schau mal. Mhm. Ja, das Level ist ja eigentlich nicht so schwer. Die kommen ja hier von links, von rechts, von oben in die Mitte. Ne? Sind wir eigentlich gewohnt beim Gangbang. Auch von allen Seiten. Also passt das schon. Es gibt zwei Spalte, wo sie durch kann. Ähm... Du legst die linke aus, gell? Oder wo legst du aus grad? Ja, ich hab die Mitte. Achso, du legst die Mitte aus. Ja. Ist doch sicher, dass die überhaupt... Wenn sie da jetzt hinwollen, dann werden sie zurückgeschlagen. Ist ne gute Idee. Ist ne sehr gute Idee, find ich. Ja. Dann haben wir hier weniger Stress. Weil hier ist nur eine Linie. Nur eine Line. Ja. Nur eine Koks-Line. Und da... Können wir die dann schön zurückschlagen eigentlich. Langsam wird mir mein Köpisch-Schäden ein bisschen doof. Weil ich dann wechseln wir am nächsten Mal. Joa. Also ich bin bereit. Ich kann sowieso nichts mehr legen. Joa. Dann entfesseln wir mal die Horde. Oh ja. Möge die Horde kommen. Ich bin bereits bereit. Was ist denn das für ein Satz? Ich bin bereits bereit. Hahaha. Bin bereit und bereits bereit. Ja, das ist noch besser. Machen wir am besten auch noch gescheit. Weil ich bin bereit. Oder brauchst du erst nen Bescheid, dass du die Beine breit machst? Oh scheiße, von der rechten. Ja? Kommt hier meine grünen Freunde. Meine grünen schleimigen Freunde. Kommt. Einmal für euch. Oh yeah. Mittlerweile kann ich auch mit dem Hammer ein bisschen besser umgehen. Oh fuck. Oh fuck. Die wechseln sich aber hier ganz schön ab, gell? Ja. Gernberg. Alle fünf Minuten auf einen ran an der Frau. Immer so. Alle fünf Minuten kommt ein neuer rein. Jo. Oh. So die Regeln blonden sie im Club. Ah. Haha. Rechts. Und links ist so ein Riese. Moment, ich helfe aber lieber rechts. Oh oh. Hau nen Tornado rein. Ja. Wollte ich ganz. Wollte ich ganz. Oh ja. Boah. Danke. Ist grad irgendwie nicht gegangen. Jetzt aber. Yeah. Gut. Dann geh ich schon mal links und haut den hier weg. Jo. Mach das. Ja. Die paar hier. Werde ich mir schon schnappen. Okay. Passt. Die hab ich erledigt. Hoi. Yes baby. Die sind so geil ey. Ich stehe voll auf uns. Oh ja. Mach das hier hin. Mach das hier hin. Na schön. Ich mach das wieder langsamer. Ich hab nur eins zum langsam machen. Scheiße. Kommen die überhaupt durch die Mitte? Ich hoffe schon. Aber ja. Werden es auch schon. Oh what the fucking shit. Was ist. Was ist. Was ist. Was ist. Was ist. Die fliegen. Oh fuck. Das ist scheiße. Es gibt fliegende Orks. Ja ja. Die gab es im ersten auch schon. So weit habe ich wahrscheinlich nicht gespielt. Ne. Du hast ja auch glaube ich bei Level 4,5 fast sehr aufgehört gell. Ne nicht 4,5. 8 oder so. Okay. Also ich geh mir jetzt mal um die fliegende Wichser kümmern. Weil das geht gar nicht. Dass die fliegen dürfen. Mal so eine Fluglizenz. Geht nicht. Ach den kann man gar nicht headshotten. Der hat ja einen Helm auf. Sehe ich gerade. Da muss mein Helm wegschießen. Echt? Mhm. Öfter dann einballern. Ah. Alles klar. Dann verliert er das. Und dann gehts. Oh shit. Links. Ja. Geht schon. Geht schon. Wow. Und. Rechts mann. Geht du nach rechts? Ja. 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 Also schön zurückschießen mit dem Wind. Falls es dann geliebt. Alles kein Problem für King. Im Ring. nichts da nah dran ist ich auch ob sie nah dran sind sie haben trotzdem keine chance zu kommen also echt der wind ist ein wahnsinn das ist eine super kombination mit deinem tornado oh ja wirklich perfekt fuck ey wann haben wir denn mal ruhe um wieder nachrüsten zu können nicht so schnell müssen laufen keiner in meine mittlere falle rein wenn da wirklich gar keiner reinkauft oder reinkauft reinläuft meine ich dann kannst das ja in der nächsten runde verkaufen eben und stelle so anders auf bisher ist ja keiner reingelaufen kommen die nur links und rechts naja stimmt vielleicht ist der obere weg ja auch für uns gedacht dass wir da runterschießen können ja möglich wie auch immer wir spalern das hier weg geht und ihnen schnelle aber gut sind schon tot ja ein Schädel dann immer so ein bisschen aber man sieht halt schon dass man sich aufs Kommen der nicht so ganz konzentrieren kann ja ne das nicht aber ich finde wir spielen ja auch nicht schlecht da passt doch schon wenn man mal aber noch die mega Spiele gehabt jetzt wird doch ein bisschen mehr auf Konzentration ausgelegt es wird immer schwerer das Spiel da muss man sagen also es gibt Spiele da kann man einfach nicht ganz flüssig kommentieren warte mal gibt es in der fliegende Anstieg ja gibt's was oben fliegende auch schon sind nur zwei links ist gefährlicher kommst du da auf deiner Seite ja ich bin da links war nichts mehr ja wohl leider was ist das Problem oder du bist geil die wir sind vollständig wie zu ihm die Kammer so geil gerade von der Betonung da haben wir es gestolpert er braucht Hilfe sie flogen denn noch ein Bogenschutz ja endlich jetzt können wir einkaufen shoppyshoppen ach ja so ja ich möchte nämlich zurück schlagen gut ich bin fertig ich habe die linke seite jetzt eigentlich relativ gut geschützt wie ich die rechte gut geschützt hast kondome überall verlegt oder ja sehr schön soll ich verkauf jetzt hier meine dinge da oben weil der kategorie geht ja keiner rein da kann ein bisschen Geld geben mehr dass von einem ganzen Lohnfahrer ausgegeben da für deine schuhe aber sie waren doch nur für dich Schatz genauso wie das Röckchen das ist 100% für das Leder ja aber du weißt doch ich trage nicht gern Latex und als Nutte mögen die Männer Latex aber ich stehe auf Leder 100% Leder da bleibt doch der Geruch so lange drin wenn man rein furzt genau ich darf doch betonen schurzen wenn dann schurzen warte, von mir geht's weiter jo diesmal haben wir neun Wellen ich bin die Beste was neun Wellen? ja wie viel haben wir schon überstanden? vier erst okay mhm ah jetzt kommen auch schießende Orks die mag ich nicht, die machen sauviel Schaden naja das sind die, die auf die konzentriere mich niemals erstes immer auf die was schießen okay, bleib du Linz rechts mach mal so ja immer die Schlampe vorschicken äh, wieder in Luft sind wieder welche ich schieß mal die auf die Luft weg die fetten hässlichen Dinger ihr seid frett und hässlich und eure Mama hat euch nicht lieb so wie ihr aussieht, könnt ihr nur eure Mutter euch lieben wenn ich mal die wenn ich mal die ohja, Mütter machen das schon? ja weiß nicht, meiner war beschäftigt mit aufm Stich gehen hohoho, Alter, das ist hart wöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö viel Spaß Scheiße, das war krass Gott ja, die Drehs mal ein bisschen um andere Leute und die andere Mütter, ich mach das so umgekehrt ja, die Bomschütze sind kakkegal, die kommen auch ohne die klar ja, obwohl die haben ganz gut, nein, sie sind so Legolas Nachmacher nur, dass sie nicht blan und schwul sind, aber sonst machen sie es leid das war äußerst und darf es da Joa Hüßtel, Hüßtel also, wir haben wieder Geld da geht sich hier perfekt durch die zwei Dinge da aus was hätten wir eigentlich gemacht, wenn wir keine Fernkampfwaffen dabei hätten und diese Dinge dann bekommen werden das wäre nicht gut gewesen ne stimmt ja, aber ich denke mal jeder müsste sich hier mit einer Fernkampf aus ja, sowieso so, ich passe rechts auf wobei im ersten Teil hast du es wirklich so machen können, dass du auch vieles mit dem Nahkampf machen hast können hier nicht so ja, stimmt ich geh nach links aha da sind wieder Fliegende, Haufen Fliegende Moment, ich komm auch nach links, weil ich bin recht schon fertig ok, kümmere dich um den Boden, ich mach dir in der Luft ja und da wieder zu schön im Visier Achtung, wenn jemand auf dem Kopf kacken sollte, dann tut's mir leid äh, what the fuck, die explodieren, wenn die runterkommen, alter echt? naja, das macht übel schaden das hat mich voll erwischt oh, dann nix, nix hätten wir aber vielleicht taktisch aus nutzen können gegen die Orts hätten wir das gewusst davor oh fuck, bei dir, rechts, rechts, rechts ja, ja, kein Stress, man die haben fallen, weil sie zu schreien auf der Karte sah das näher, oh, deswegen um einiges oh fuck, oh fuck, linkseine oh shit mach du die oben, mach du die oben ja, 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 ich bin dabei hat hilft du noch ein bisschen ja, sind down ja, passt na, die zerplatzen dann schön vorne gibt's nen Schädel ich hol ihn mir schnell, bevor der weg sein sollte wir haben, hier gibt's noch ein Heilmittel für dich bevor die nächste Welle kommt so, und den auch nochmal so ein Ding da zum zurückschlagen ich hau hier nochmal langsamen perfekt, okay, links kommen sie gleich fakt, das Spiel macht so wichtig und Spaß, das ist ein Wahnsinn ja, das stimmt, das macht richtig süchtig vor allem, weil es Spaß macht die abzuschießen, dann macht's noch Spaß die fallen zusammen, weil es macht Spaß Orks zu töten und es macht einfach Spaß zu zweit zu sein, finde ich genau, und das noch dazu so, ich geh mal nach rechts wieder echt ein Wahnsinn, also für das Geld ja, stimmt, für 3,70, Alter, was du erwartest das ist ein Wahnsinn Gibt's manche Spiele, da zahlt man 60 Euro und hat weniger Spaß ja, ich sag nur Resident Evil 6, Alter oh ja ist echt so gut, ich hab's noch nicht Koop gespielt, aber ich glaub selbst da wird's nicht viel mehr reißen ne, ja gut, bei uns zwei vielleicht schon ja gut, da schon, ja äh, noch lohnt, noch gebe ich ungern Geld dafür aus ich geh rechts ok na, wie wir sehen, Kaiyoshi ist rechtsradikal da hat sich so jemandem entschieden, dass er rechts geht oh, boah, das war jetzt grad geil, Alter ah, Luftpässe, den gibt's auch wieder, die werde ich gleich mal wegschießen NEIN! weil du's grad sagst, die sind jetzt fast durch was? hast du sie noch erwischt? ja, hab sie noch erwischt links sie sind ja auch aufgestellten, hol ich mir schnell bevor da noch irgendwas warte mal fliegt da irgendwo was? ah, da fliegen sie ja so, ich pack sie mir von hinten wir schauen nämlich nicht aber nicht neidisch werden, ja? man kann auch gern mal andere von hinten packen nicht nur mit dich ja, Abwechslung braucht jeder mal na so diese Falle da weg und das hier da hinein so boah, Alter, was baust'n Hu hier das ist ja geil ja schön äh, kannst du das noch bitte anders platzieren? ein bisschen mehr nach links dieses Teil da welches? das da verkaufen und ein bisschen mehr nach links genau und dann haben wir hier noch eins Platz aha so und falls es ist na, hier können wir es auch nicht durch hier werden sie nochmal zurückgeschossen und dann baue ich hier nochmal zwei hin, dass sie hier nochmal zurückgeschossen werden und dann am besten noch in den Teer hinein wenn sich das ausgeht oder sterben vielleicht sogar ich bin fertig, du hast immer extrem viel Geld, wie kommt das? keine Ahnung ich bin halt der Mann stimmt's, steck nicht mehr das Geld ein das ist ja in jeder Beziehung so ja, das ist immer so und die Frauen geben uns dann sowieso wieder aus ja, von mir aus geht's los ja willkommen in meiner Höhle sprich beschließt sie jetzt schon ein bisschen hier am Anfang und Stanzi ja eine harte, aber gerechte Lektion ich muss also ein bisschen weniger Druck haben mal Druck habe ich immer naja, bis dann einen Fall schon so krass du dann schurzen musst ja aber Schurze ist ganz gefährlich, das habe ich schon öfter gehabt das Lustige ist, wenn wir schon bei dem Thema sind, ja ich habe ja einen Cousin, der ist aus Italien ja und der hat bei sich daheim ein weißes Bart der hat auch mal gedacht, der müsste einen fahren lassen ja hat aber eine Woche lang Durchfall gehabt und ja die Geschichte, das Ende von der Geschichte war die, dass die ganze Wand braun war Alter das ist kein Witz bei dem glaube ich sogar das ist ja widerlich und da hat es putzen müssen Och Alter, das ist ja dreist das Lustige, das hat es wirklich gemacht das Blöde ist, diese Geschichte wird keinem Mensch glauben, aber das ist die Wahrheit Hey, die Dinger kann man ja auch in den Kopf schießen Ja, kann man Nice Die sind gerade runtergefallen wie nix Jo, ein Headshot, sonst fliegen sie runter Das ist ja voll geil Das ist ja geil So Von links kommt's Ja, da kommt's Alter, das Level ist aber irgendwie geil Ja, das macht schon Spaß Oh ja, Headshot Mania Oh ja, Headshot Mania Du Headshots Es sind zwar viele, aber die Räume sind irgendwie schnell weg Hm Zu zweit ist das wirklich um einiges leichter Oh ja Oh ja Ich würde mich freuen, muss das alleine machen, gehen nach links Ja Und klein, klein, klein Oh, der wurde vom Wald überfahren Kommst du klar links? Ja, voll War kein Problem Was oben? Oh, oben sind ein paar, ja Oben sind ein paar, fuck Oh, die sind schon ziemlich nah Oh, die sind schon nah Mach du die oben bitte Ja Basel, oben ist clear Unten auch Oh, ich hab hier links drei Oga Oh, oder dass die letzte Welle so krass wird Besser gesagt, erdelementar Er ist die vorletzte Welle Okay, Hammerchen raus Kommst du klar links? Mhm Passt Bin fertig Nö, für den noch ein bisschen Nö, 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 wow Einer wird fast durch Ja, du, 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 du ja sagen wir dann mal zwei fallen was zurückschießen die besten hier noch zum verlangsamen markt weiß ich die musik ist übelste bestellt motiviert ein so schön ja fühlt man sich wie eine held also mit dem controller ist schatten wirklich leichter wirklich ja ich habe es nur auf einen auf einer ebene ausgelegt muss nur links und rechts laufen die ganze zeit okay ich spiele lieber mit der maus naja wenn ich eine richtige maus hätte dann würde ich es auch aber meine kommt ja fuck links ok links wird jetzt wird es gleich abgehen links wird es gleich mega abgehen sie sind voll scheiße zum headshotten oh scheiße bei dir geht es aber krass ab du ja ich bin gerade oben beschäftigt versuch sie hätten aber noch einmal getroffen bisher aber geht gut geht gut also ich komme ich mal rechts hin wieder schlechte aber doch nicht so frech mein schatz aber du machst doch mit ihm abruft als fag 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 bürt wird schon da für uh ok da brauche ich zu bitte auf Klima da haben meinen russlust dann raus gern ja wohl hat statt welche die wir denn die mächtigen pro fag für hüttgerlte allzu geht aber mir kommen die ganzen oder immer daher ich hafte wurde schützen diesen scheiße die Chemie ist gleich die Probe und schnell heiltrank heiltrank ja und übrigens ein bisschen Probleme aber es haut schon hin die Fallen was zurückschlagen sind das ist nicht so gut Stöder sind im zweiten Mal überlaufen dann wir sind nicht mehr zurück das muss ich erst wieder aufladen Boah, die müssen über einiges an Tränke, schau mal Barmal doch Also zwei Schäde sollten schon drin sein, oder? Yay, vier Ja, das war wieder mal toll, oder etwa nicht? Hey, 22 Minuten, Alter What the fuck? Für ein Level, nice Ja, die sind lang Okay, dann haut rein Und bis zum nächsten Mal Ciao